Guten Morgen, liebe Freunde. Also, die Polizei Berlin macht es sich gerade wieder zum Sport, uns Schwierigkeiten aufzuerlegen, die immer interessanter werden. Jetzt müssen wir weiße Armbinden an den Ordnern haben, kennzeichnen und da muss Ordner drauf stehen. Das heißt, Westen werden wir versuchen, dass wir die akzeptiert bekommen, aber wenn es nicht klappt, seid bitte so lieb, bringt tonnenweise weiße Armbinden mit. Geht von mir aus, macht ihr euch ein schönes Taschentuch, schreibt da Ordner drauf, bindet es euch um den Arm, kommt alle damit vorbei, lasst uns der Polizei keinen Anlass geben, dass wir diese Veranstaltung nicht stattfinden lassen können. Also, wenn es irgendwie geht, weiße Armbinden, seid kreativ, was weißes um den Arm, wo Ordner drauf steht, damit seid ihr qualifiziert und findet bei uns definitiv eine Anstellung als Ordner. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Hilfe, wir sehen uns gleich um 14 Uhr in Berlin, bis dann, macht's gut, ciao, euer Samuel. So, hallo, Ralf Ludwig hat mich gerade informiert, dass die Versammlung am Alex aufgelöst wurde, so richtig mit Stress und die Leute jetzt sich das wohl nicht gefallen lassen und Richtung Brandenburger Tor auf dem Weg sind. Und er hat mich darauf gebeten, hinzuweisen, ganz wichtig, es wären V-Leute von der Polizei im Einsatz, die die Leute dazu animieren wollen, zum Reichstag zu gehen. Bitte nicht darauf eingehen, das gilt für beide Veranstaltungen, wir gehen nicht, Ausrufezeichen, zum Reichstag, nicht darauf einlassen.